so und herzlich willkommen zurück grüßt seid ihr ja es sei auch du gegrüßt ich wollte hier eigentlich ein portal mit den schriftrollen öffnen habe ich gemerkt dass der eine neue quest hat deswegen habe ich mir gedacht warum eigentlich nicht machen wir hier weiter ich weiß jetzt nicht genau wie der heißt erinnert euch noch an das buch das ihr mir gebracht habt und den volidanten offenbarung wie auch immer jedenfalls wird dort ein gegenstand erwähnt der tief im berg verborgen liegt urikalkumbarren es wimmelt dort sicherlich von monstern die das bedeutet aber das bedeutet letztlich nur dass niemand anders unseren schatz stehlen kann ich werde ein portal öffnen wenn ihr mir den gegenstand urikalkumbarren bringt erhaltet ihr sogar eine belohnung ich danke euch dank euch kann ich mir das leisten sie haben eine neue bestand so dann haben wir das schon mal das ist super das ist so wunderbar vorangeht und ja mache ich das erstmal auf der anderen seite müsste ich eigentlich gucken dass ich die dingsbums halt auch irgendwie loswerde wisst ihr was ich meine hier diese dinge wo hier muss ich aufpassen das hat jetzt richtig aua gemacht ja die nebenquests sind doch ein bisschen härter alter schwede eine falle wurde ausgelöst okay da muss ich jetzt doch wo muss ich doch ein bisschen aufpassen aber auf der anderen seite was hinüber ist es hinüber ne so gold die frage ist komme ich hier runter nein hier ist noch alles unter wasser okay losgelöst also gold die frage ist komme ich hier runter nein hier ist noch alles unter wasser okay losgelöst und jetzt voll in eine falle getrappt aber na gut ist kein problem nein das wollte ich nicht ich glaube dafür bin ich dann also entweder hat es gerade so gepasst dass ich hier jetzt wirklich sein soll und dass das der richtige schwierigkeitsgrad ist oder aber ich muss sagen ich bin ein bisschen unterlevelt kann aber auch sein dass ich einfach nur ein bisschen verbönt bin ich glaube ich glaube es geht los ich glaube es geht los so starb das weiße was hinüber ist es hinüber wunderbar fände ich an sich nicht schlecht dass sie sich mit meinem skelett ein bisschen befassen sondern treffe ich das Vieh auch so, Pult müsste jetzt eigentlich auch wieder ein paar Identifizierungsschriftrollen geben so oh, die sieht nicht schlecht aus äh, Arkebuse Arkebuse äh, Schuppenbeinschienen Schuppenbeinbrille aber ich bin trotzdem immerhin ah, Verteidigung und Stärke trotzdem will ich das andere lieber haben, was haben wir hier? Frost 3 Frost, Wurf, Spieß Frost 1, weißt du was? Frost 3 super keine Ahnung aber na gut, von mir aus ein Skill hätte ich schon ganz gerne hallo? danke nach Dara, komm bitte zurück so, jetzt warten wir erstmal bis das Gift sich hier ein bisschen gelegt hat kann ich hier runter nein, kann ich nicht okay ich mach nicht viel Schaden mit dem, ne? so, du bleibst mal ein bisschen passiv ich will nicht, dass du dir weh tust meine kleine Nachbara das muss ja nett sein treff ich noch super, okay ich muss hier einfach ein bisschen aufpassen das war ein schöner Giftschaden wunderbar ja, aufpassen aus dem Sinne raus weil die jetzt einfach hier alle ziemlich verderbt sind und halt hier alles mit einer Giftlache versehen dementsprechend das ist alles nicht gerade optimal oder beziehungsweise man muss da ein bisschen mehr machen als einfach nur reinrennen und alles klatschen gut dann ist das hier schon mal jetzt kann ich weiter gerade ausgehen weil alles andere abgeklärt ist das ist schon mal ganz gut super, ganz viele Körbchen ähm ja, und die Fiktionsschrift drin habe ich mittlerweile mehr als genug und die Fiktionsschrift drin na Tara, was machst du denn da? warum läufst du denn da rum? dann bleibst du einfach mal auf Defensiv ich glaube, es geht los renn da einfach ins Gift rein ein Blähnchen ich habe wenig Mana gut Mana nicht ausreichend dann räume er nicht rum ich glaube, es wird mir anders sein, ich kriege es wird ganz gut, wenn ich die von den Fiktionsschrift benutze wenn ich die Dinger benutze, brauche ich den Rest nicht 13 Rüstung äh, äh, Giftschaden 9%, Elementarschaden 2% plus 5 Rüstung nee, das behalte ich und das gebe ich erstmal weg so, nehme ich erstmal Duster Midas Kette warum habe ich die jetzt zweimal? Magie finden Bonus auf Geschick 3 Bonus auf Geschick 3 auf Magie 2 auf Stärke was habe ich hier? äh, 3 Bonus auf Geschick Magie finden 2% ah, es ist immer schwierig weißt du was ich mache das anders das kriegt mein Nachthara ich weiß zwar nicht ob das besser ist und ob sich das jetzt auf mich auswirkt aber na gut wir haben eine Falle ausgelöst ja, ich weiß ich habe es gesehen ich habe es gehört ich habe es geplant ich habe keine Ahnung wie ich da hinkomme aber von mir aus wir haben Erfahrung hinzugewonnen ok, Stufeaufstieg ähm so, ist jetzt die Frage will ich mich jetzt erstmal voll auf Crit passieren oder möchte ich gerne ich denke ich bleibe bei meinem altbewährten Prinzip Stufenaufstieg blocken und parieren und Ruhmaufstieg das da ich denke mal damit kann man dann umgehen zuerst So, Axtide. Ja, gut gefressen. Das muss man hier lassen. So, wir werden mal was gucken. Wir haben das Zaubertempo. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Oh, 200 Schaden. Einhändig. Da kann die Pistole nicht mithalten. Wunderbar. So, die defizierten Schrifthalle. Korb. So, was ist es weg? Und dann lassen wir hier alles mitnehmen. Also, ich muss sagen, jetzt wird es hier richtig krass. Mein 8H geht ganz schön auf die Schnauze. Teilweise. So, das ist auf Dauer nicht cool. Das ist auf Dauer nicht so geil. So. Wieder zwei von diesen großen. Aber das macht nix. Ich nehme erstmal die mittleren Tränke. Die reichen eigentlich völlig aus. Ah, Gasur. Komm her. Jawohl, Mist. Wie die immer so rumeiern. Das ist schon lustig. So, rum ist gestiegen. Bei rum, habe ich ja gesagt, mache ich Crit. Ja, Angriffszauber benutze ich jetzt nicht wirklich. Ja, so solche Sachen. Ja, super. Das lief doch schon mal sehr gut. Und das lief alles sehr gut. Und das lief alles sehr gut. So, es ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt unterlevelt. So, ein Skelett nimmt nämlich trotzdem mal mit. Aber ich weiß ja nie so genau. Wunderbar, super. Freu ich mich. Egal, mein Skelett hält das schon ordentlich aus. Mein Skelett hält das schon ordentlich aus. Da kann ich dann auch in Hallowore mal ein bisschen Power geben. Ich muss nur gucken, ob ich die, was für ein Level die Hauptquests sind. Weil wenn ich mich jetzt hier nämlich auflevele. Und die Hauptquests nicht wirklich. Mein Level entsprechend. Zehn Level unter mir sind. Dann. Ist das mal ganz nett auf der einen Seite. Aber auf Dauer vielleicht doch langweilig. Obwohl ich. Finde, dass die Quest sich. Schnell. Anpasst. Dementsprechend. Das ist so tragisch. Aber die kleine Hallung ist super. Okay, das hat echt gut gesessen. Das hat jetzt gerade ein bisschen geblieben. Mein Inventar ist voll. Oh. Oh, oh, oh. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Voll. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. So, jetzt muss ich mein Inventar mal ein bisschen sortieren. Das kommt theoretisch alles weg. Elektrizität. Oh. 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 Und zu gucken, um zu gucken, ob ich damit irgendwas craften kann. Ansonsten sieht das alles ganz gut aus. Ich habe noch ein Inventarplatz. Das bedeutet, wenn mein Nachthara hier ist, kann es auch schon fast wieder gehen. Sie haben eine Falle ausgelöst. Sie haben eine Falle ausgelöst. Ich bin überlastet. Na super. So, wollen wir mal gucken. Kann ich irgendwas hier loswerden? Nein, jetzt muss ich auch noch eine halbe Minute warten. Ah, Sumpfbarsch, Ausrüstung, Tiefenfrostbeinschienen, die werde ich noch eine ganze Zeit lang tragen. Schuppenschutz, der gibt's. Drei Rüstungen mehr. Ja, Eisresistenz plus vier Rüstung gegen, das ist immer so eine Sache. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. 14 Rüstung. Aber eigentlich... So, der Bogen ist an sich ja ganz gut, aber... Ist halt nicht das, was ich brauche. So, Schuppenband. Ah ja, das hatte ich schon immer, ne? Wie will ich das wirklich benutzen? Ich meine, Elementarschaden, vier Prozent ist ja ganz gut, aber Gift ist kein Elementarschaden. Und damit arbeite ich relativ wenig. Ja gut, wollen wir mal zum Glyphenraum. Neha. Da bin ich so froh, dass ich gerade noch ein Skelett bestoren habe. Ich wollte mich eigentlich heilen, aber ich glaube... Der Kuss. Da bin ich so froh. Ich weiß, dass du da bist, da bist du da bist. Ich weiß, das ist das, was du Ctrl ist. Soll das. Soll das? Was ich gerade noch nicht so los? Ich weiß, was du nicht so? Und damit ist das Gelassungsgericht? Ich weiß, was du da bist. Ich glaube, ich bin mit den bin ich mit den echt besser mittlerweile? Bin mir da gar nicht so sicher. Ich hab jetzt richtig gefressen. Mehr als ich sollte vielleicht. Nicht möglich. Zehn Rüstung. Oh, die Erfahrung. Ich nehme trotzdem lieber die Rüstung, glaube ich. 171 246 Okay, das kann man. Ansonsten alles lieber. Ich glaube, ich sollte hier echt mit diesen Waffen arbeiten. Weil mittlerweile sind wir richtig gut geworden. Nicht nur die einzigartigen, die in der einen einzigartigen, sondern in der anderen. Weil wenn der Kleine nämlich hier ein Krit kriegt, dann ist der richtig. Nie, mein Maler nicht ausreichend. Meine Liebe, da geht es aber nicht hier. Oh, die geheimnisvolle Haube. Das könnte interessant werden. So, Stockpotter, Schriftrolle da oben ist gut. Glut, da ist der Barren, den wir suchen. Nicht identifizierter Gürtel. 30 Stärke. Okay. Was haben wir hier? 7 Rüstung plus... Nee. Magie und Magie. Ähm, Waffen und Ruhe. 9 Rüstung. Und auf der Waffe plus 14 Schaden. Das ist natürlich jetzt die Frage, wo will ich das reinstecken? Weil plus 9 Rüstung ist schon nicht schlecht. Aber plus 14 Schaden. Auf der anderen Seite sind die schnell ausgetauscht. Ich hau das einfach mal hier in ähm in meine Rüstung. Wenn ich nämlich was Besseres finde, kann ich das ährgerlich. Es sieht grässlich aus, sag ich ganz ehrlich. Aber es ist halt ein einzigartiges oder es ist halt ein mächtiges Teil, ne? Einzigartig sogar. Erhöhtes Zaubertempo, das bringt mir eigentlich gar nichts. Okay. Plus 13 Bonus auf Verteidigung. Magie finden 6%. 63 Gesundheit. Plus 5 Mann. Erhöht den Feuerschaden um 10%. Oh. Soll ich vielleicht doch die dicke Hauputze nehmen hier? Obwohl ich eigentlich mit meinen einzigartigen Waffen immer noch sehr zufrieden bin. Ich meine klar, ich sehe jetzt nicht unbedingt ausgelöst. Eigentlich ist ein bisschen geheimnisvoll aus. Aber die Verteidigung ist halt nicht üblich. Sie haben eine Quest erfüllt. Ja, das ist super. Und hier geht es auch gleich weiter. Super. Äh, 26 Minuten für die Quest war eigentlich gar nicht schlecht. Hallo. Hallo. Ich habe den Gegend schon durch Kalkumbachung gefunden. Mit euch macht man gerne Geschäfte. Ich weiß auch schon, wo ich einen Käufer dafür finde. Hier ist euer Anteil am Gewinn. 4.000 EP, 500 Ruhm, 64 Gold und irgendein Stab. Ja, 4% gutes Zaubertempo. Ist natürlich ganz nett. Okay, Waffe, Elektrizitätsschaden. Nein. Habe ich hier irgendeine Notstelle vielleicht? Waffe, Gesundheit, Achso, Bonus auf Verteidigung. Vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich den mal hier reinstecke. Ja, super. Sieht eigentlich ganz gut aus. Kann man nicht meckern. Hm. Die Frage ist jetzt, ah, die Glyphen derfen natürlich. Könnte ich natürlich mal ins Lager stellen, während ich anfange. Aber, um ehrlich zu sein, habe ich jetzt nicht so das Problem. Ich würde sagen, ich beende hier die Aufnahme und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Und beim nächsten Mal werde ich einfach mal anfangen, hier die, ähm, die Kartenschriftrollen einfach durchzupinzen. 1 bis 10, 1 bis 10, 1 bis 10. Und was haben wir hier? Verschallener Dungeon. alles 1 bis 10. Das wird alles im Schlaf sein. Vielleicht mache ich das Offscreen. Ich glaube, das mache ich Offscreen, weil das wird echt, glaube ich, einfach nur ein Spaziergang. Und, ähm, ja, das mache ich Offscreen. Da entspanne ich Offscreen einfach ein bisschen und mache heute mal jetzt ein Aufnahme-Päuschen. Bin ja jetzt schon wieder bei ein paar Aufnahmen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Haut rein. Euer Graf. Ciao mit V. Ciao.